kalt der fahrer auf kalt schärfe das ist klar du musst die haare noch mal in dieser position wenn du das hinkriegst. Ja, super. So, wir gucken mal drauf. Danke für das Gespräch. Michael, komm, komm, gucken, das ist so geil. Das ist absolut spitze. Das ist doch schön. Ich habe schon den Ausgleich. Ja, und das andere ist, warte, es gibt noch so eins, es gibt noch so eins, wir haben noch so eins, da sind diese, 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 da sind die Schweine, so eins, so eins. Ja, die sind doch absolut speziell, das ist doch schön. Ich weiß nicht, das war ein Bläser. Warum sagen Sie das? Damit kleben wir den Schneider noch an. Das werden wir damit aufgemacht haben. Das waren nur noch die Knoten für Menschen, die waren da drum, oder? Das werden wir nicht. Das wird nicht. Das werden auch. Wir kommen ja gar nicht hoch. Ich muss den richtigen Moment sehen. Das ist natürlich witzig. Was ist das Problem? Guck mal, hier ist noch anderes. Vielleicht versuchst du es gerade mal. Was haben Sie eben gesagt? Das ist Teppichklebeband. Machen wir sich auf den Dusen und dann das Kleid ran. Das hält den ganzen Abend. Das sind die ganze Zeit der Hilfsse. Ja, und ob ich. Was hast du vorhin von dem Band? Nee, 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 entweder oder. Ich finde den aber besser für dich. Zeig mal den anderen noch mal. Ja, hab ich da mitgespielt. So schön, ne? Arbeiten in Nersen macht Spaß. Ohne Locher, aber es ist voll. Schon wieder hier stehen. Ja, sehr gut. Jetzt lacht er schön. Du, jetzt haben wir so schön. Du, mit deinem ganzen Körper. Na, andersrum, in die andere Richtung. Ja, genau. Man tief in die Stirn ziehen, keine Ahnung. Siehe ich aus wie eine? Hör mich schon, oder? Dreh dich mal ein bisschen sein. Machst du einen ohne Zigarette? Warte, übrig. Warte, übrig, genau. Guck mal, ich hätte ja vor dem Tragen, dass er nicht war. Ja, du bist ja auch von da. Ihr müsst lieber glauben. Wollen wir jetzt gleich die Ensemble? Ach, nö, ne? Von Leben. Von Lebensinhalte. Ich bin der Zeit für. Ich habe einen Traum. Ja. Sehr schön. Toll. Ja, wunderbar. Ja, ja. Und alle Kinder, die sind da auch so. Das ist auch toll. Mama, wo gibt das Tichter? Vielleicht kommen wir mit deinem anderen irgendwann. Das kann also irgendwie, wenn ich mich wieder erinnern, weil ich habe ja, als ich vorsprichend hatte, waren die ja blonte, sind da alles rausgewachsen. Nee, ich komme auch aus Berlin. Ich habe Zwischenstationen gemacht. Und wo bist du sonst in Berlin? Pregnant Hill in Prenzlauer Berg. Ja. Das Wichtigste ist mir gerade, ich habe... Macht der einen Film? Ja, wir machen so ein bisschen Making-up. Achso. Aber bis hin ist der Planete... Fokus bitte. Oder Bart, bitte? Eine ganz starke weibliche Ausstrahlung. Und dazu der Bart völlig, als ob der nicht da wäre. Ja, ja. Genau so. Ich bin doch. Ja, richtig schön. Ja. Ja. Also Puckenballon. Ja. Okay. Du bist jetzt halt der Kasse. Das ist jetzt... Mach der drauf. Augen auf. Augen auf. So, Ding ist für Vorteil. Oder dieses Lack bist du gerade drauf. Ähm, also die Portilla hat mir gesagt, für die Endfunk. Hammer. Kein Buch oben, einmal kein Buch. Okay. Wie ist denn jetzt das Problem? Wie ist denn da? instead. Ach, wir sehen uns. ...drehst du noch ein bisschen den Hut, dass man dieses Siegel sieht oder was da vorne drauf ist? Ja, irgendwie hier, den Anker. Jetzt guck auch ruhig mal auf den Hut dabei. Es schlägt vielleicht fast mehr ein als die ganze, ja? Ich finde das hervorragend. Ein Composing, das sieht doch jeder. Das ist so, weil dem Bild im Hintergrund, also bei dir das Licht, das ist alles sehr harmonisch. Das heißt, ich sitze jetzt 15 Jahre lang an einem schwarzen Gerät. Ja. Und jetzt auf einmal habe ich so ein durchsichtiges. Ja. Und jetzt liegen wir drauf aufmerksam. Wenn jetzt hier bist du eher lebendig. Ja, das stimmt. Würde ich mal sagen, ne? Muss man sich über die Runde rumdrehen, muss man sagen. Eins, zwei. Oh, was war? Ja, guck hier. Bis. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao, ciao. Nein, wir brauchen ja kein Watt drauf, da muss ruhig auch stehen. Nein. Nein. Das war ja Scheiße. Was habe ich denn gemacht? Wo haben die mir gemacht? Ich bin nur so halbwürfel von einem und zwar jetzt ein bisschen nach oben hier. Oh, Alter! Ich habe das so gehalten. Ich habe das so gehalten. Ja, ja, ja. Nee, bitte. Danke. Du bist nur so kurz. So sieht bin ich. Wir wollen auch drauf. Ja. Ah! Ich würde auch sagen, Susanne, dass du dich eher mit deinem Kind beschäftigst, als mit ihm. Ich habe gerade noch was für Honig gesucht. Wir nehmen die Stühle weg. Ich bin hier am ganzen Körper. 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 Ich bin hier am ganzen Körper.